Hallo und herzlich willkommen hier zu Neetalk mit dem McMahner und dem Ingo Viva und wir spielen, das schöne Spiel haben wir schon mal gespielt, wieder eine Runde oder nicht wieder, sondern mal wieder eine Runde. Ach Scheiße, komm her du Lutscher, Lutscher, hallo, da komm, da komm du noch, da komm, komm, kleiner Mann, hoch drücken, W hoch, äh wie nehm ich Waffen, wie jetzt schon wieder Hits, hä, ja du sagst mir nicht wie es geht, danke, W hoch und schlagen, W hoch und schlagen und vielleicht geht das in alle anderen Richtungen auch, oh geil, ich bin wieder ready, ich auch, Warte mal, ich hätte neue Map auswählen können, ja genau, geh weg, geh weg, geh weg, wie geht das? Geh weg und dann glaube ich wieder F, genau und jetzt geh weg, okay, 3, 2, 1, Attacke! Oh fuck! Oh fuck! Geh mit Bruch! Ach fick dich! Wuuh! Hey! Ich bin einfach der große Master des Spiels, ey! Ach wie machst du's denn? I war immer gut in dem Spiel... Ich war immer gut in dem Spiel! Oh fuck! Hä? Ah, ich drück die falschen Tasten, ey. Warum fällst du denn wieder rein? Au! Hau ab da! Nein! Ja! Los! Die Macht ist mit dir! Jon Snow! Ja nix dann, Jon Snow! Hau ab da! Komm, fick mich! Ha! Ja, du hast aber kein Schwert, ne? Hä? Ha ha ha! Ich bin in India! Oh fuck! Das war fies! Oh, das mit dem Werfen, ich hab so viele Tasten! Mit welcher Steuerung läufst du? Mit WSD und FG und hier, ne? Schlag! Ah, machst du gar nicht die Tasten? Ah, okay! Oh man, das ist so spannend! Oh man, das ist so spannend! Äh! Oh man! Oh! Oh! Oha! 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 Lauf! 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 Nee! Doch! Doch! Fick dich! Fick! Oh manno! Cheers! Winner! 1-1! Alter Vater! Play is ready! Nein! Fick dich! Kleiner Homo first! Hui! Hui! Warte! Aua! Ich muss kurz mein Schwert... Nein! Wuhu! Komm her! Oh ne fuck! Lauf! Lauf! Huah! Lauf! Fick dich! Ich komm mit der zigsten! Ja! Wuhu! Scheiße! Das war nicht gut! So ich mach ne neue Map, Alter! Äh, hier! Zack! Zweite Map! Einfach mal, weil du wärs können Digga! Bist du ready? Ich hab schon gestrückt! Bist du ready? Warte! Komm hoch! Komm hoch Süßer! Oh! Oh ne! Warte! Nein! Fick dich! Du Opfer! Junge! Hä? 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 Ha-ha! Wuhu! Nein! Ey, der wirft das Schwert nicht! Moment! Er muss werfen Junge! Dehmüt! Hahahaha! Ähh! Neeiiin! Hahahaha! Ja komm her UNHAUUE schooling! Komm her, Actually! Jeremy, Jeremy! In the hearf! Deborah! Wiihihihi! hey komm das war gemein ich bin größer als der rächer okay wo bist du schnell wo bist du schnell dieses vor nicht in der hinten das scheiß schwer er wird das schwert ich drücke extra ganz schnell das war gemein ich bin schön nein doch schönes der wirft das schwert nicht komm her Junge der wirft das schwert nicht ich hab den chip geöffnet geht doch ja weiter geht's noch eine runde noch kommen einmal noch komm scheiße fick dich du hast versagt Junge wieso bist du schnell nicht mehr das kommt dir zum verängnis Junge das ist dein verängnis ich weiß auch nicht wann es liegt bei dir guck mal wie süß die Power von Ingo Viva mega geil jetzt wirft ihr das scheiß Schwert oder was nice gut darf ich sagen Dankeschön fürs Zuschauen bei Inni Talk mit Big Mana und dem Ingo Viva und wir sehen uns bei einer nächsten Folge hoffentlich wieder wenn ich wieder gewinne Tschau Arschloch 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 Komm Klaus Kinsgehirn auch total du bist doch bescheuert oder was komm gibts mir du wie kann man so einen Idioten in dieses Toil-ääh- in diese Toilette lassen wollte ich schon sagen Was für eine Toilette in deine Toilette ja so ich wollte schon sagen Und naja, gut. Okay, haut rein. Tschüss. Tschüss.